Hallo liebe Zuschauer, da bin ich wieder. Frisch aus Italien angereist, möchte ich euch heute die neuen Schuhtrends vorführen. Also ich zeige euch jetzt gern mal den Trend von Winter 2014. Der Trend ist momentan Biker Boots. Hat verschiedene Namen, der heißt Biker Boots mit Schnalle, Blockabsatz, sehr sportlich. Also robuste Absätze ist momentan der absolute Hammer. Dann haben wir die elegantere Variante. Das ist auch ein Boots, aber ein Enkelboots. Das heißt etwas klassisch mit Spitzer vorne und Pfennigabsatz. Also die elegantere Art für Rock und Kleid. Kann man natürlich auch sehr schön zu einer Röhre anziehen. Je nach Geschmack, je nach Bedarf. Der eine mag es halt lieber sportlich, der andere elegant. Dann haben wir noch die Step Boots. Step Boots sind Boots, die werden vorn immer geschnürt. Ist auch ein sportlicher Schuh, den man aber wie gesagt auch mit Kleid und mit Rock oder auch mit Hose kombinieren kann. Das absolute Highlight dieses Jahr sind natürlich die Overnees. Overnees ist der Schaft natürlich sehr hoch. Also besonders zu empfehlen für große Frauen. Wenn man klein ist, ist es nicht ganz so günstig, weil das das halbe Bein weg. Also man sollte schon eine gewisse Größe haben, dann kann das auch ganz toll aussehen. Ist schon ein sehr schöner Schuh. Wirkt unwahrscheinlich gut natürlich mit schmalen Hosen. Wünsche allen Zuschauern ein wunderschönes Weihnachtsfest und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.